So, und da bin ich auch schon wieder. Das war jetzt eine Sekunde, wo nicht aufgenommen war. Weiter geht's. Safe State. Freu. Ich liebe dieses Spiel. Jetzt fallen auch noch San... vom Himmel. Hey. Stop. Nein. Oh, du... Was ist das? Yay. Das erfordert ja mehr Wissen als Portal 2. Was? Kein Kommentar. Ich lade. Ey, und falls sich einige beschweren wollen, warum ich immer lade, ähm... Falls alle dagegen sind, mache ich es auch gerne ohne Safe State. Also, habe ich kein Problem mit. Da mache ich immer zum Anfang von jeder Stage... Ein... Die fallen alle runter. Ja, klar. Da mache ich immer nur zum Anfang von einer Stage und mache dann die drei Level durch. Und wenn ich halt Game Over gehe, lade ich nochmal. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel abläuft. Ihr könnt es mir ja sagen. So. Aber ich will dann nicht wieder alles komplett von vorne machen. Da habe ich keine Lust. Ha. Diesmal bin ich schlauer. Auf jeden Fall ein bisschen. Ich tippe. So. Noch drei Herzen. Sieht gut aus. Komm. Yay. Leute, das Spiel will mich doch echt verarschen, oder? Das ist schwerer als... Keine Ahnung. Sagt mir ein schweres 2D-Jumping-Run-Spiel. Außer I wanna be the guy. Das kenne ich auch. So. Jetzt aber. Und es hat mich getroffen. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Das Spiel ist echt zack. Haha. Verdammt schwer. Verdammt schwer. Ich mag es nicht. Ja, ich muss hoch. Hätte ich mir jetzt auch denken können. Leute. Nice. Ich find's ja nur geil. Das war jetzt auch nur so einfach, weil ich Nebenprojekt will. Das ist so ein Projekt. Einfach. Ich hab gedacht, dass Jack die ganze Zeit nachkommentieren ist langweilig. Ich will was direkt kommentieren. Und da hab ich Tom und Jerry gesehen und hab gedacht, ey, kenn ich noch nicht. Wenn ich schon ein neues Spiel spiele, dann doch auch. Let's play. Es ist ein SNES-Spiel. Das sagt ja eigentlich schon alles. Ey, Apfel. Nein. Nein. So. Stirb. Nein. Hallo. Ah. Und diesmal schaff ich's aber. Jawohl. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Eine Käfer. Ach nein. Nicht so ein Sprung. Mit Gegner. Mit. Und das lag. Danke, Fraps. Ich liebe dich. Du bist mein Freund. Also, das Spiel könnt ihr gucken, um mich richtig leidend zu sehen. Also, das Let's Play, nicht das Spiel. Und falls ihr wirklich noch ein SNES besitzt, nicht so wie ich, der Emulatorzocker, dann kauft es euch. Es ist so lustig. Es macht so viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Hey. Och, ein Herz. Komm. Komm, laden hier. Geht ja gar nicht. Die Levels werden auch immer schwieriger. Ich hab zuerst gedacht, ah, das erste Level, okay. Das war ja noch einfach. Ich hab mich halt doof angestellt, ne? Äh. Drauf geschissen. Das wird ja noch schwerer als hier. Jack 2. Und das ist schon schwer. Entschuldigung, dass ich nicht alles sammle, aber unmöglich in diesem Spiel. Ja, nice, Leute. Noch drei. Oh, noch drei Stück, okay. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Noch drei Herzen. Hä? He he. He. He he he. Hey. Langsam hab ich's Spielprinzip verstanden. He he. Hoch. Oh, Schuss hier. Schuss. Schuss. Na, äh. Zwei. Willste mich verarschen. So. So. Hoch mit dir. So. Oh, ich hab's geschafft. Juhu. Starge. Zwei Level 1 completed. Verspulen. Ja. Okay. Auf zu dem Apfel. Das, äh, hoffentlich ist das jetzt nicht so ein I wanna be the guy Spiel. Ich hoff, das reicht noch mit der Zeit. Ich hab hier keinen Wecker oder so, wo ich drauf gucken könnte. Safe State. Safe State. So. Jetzt. Damit's nicht immer noch so lange geladen muss. So, Leute. Das Spiel macht mich einfach fertig. Und überall fallen Äpfel und andere Sachen vom Himmel. Tropf. Tropf. Erinnert mich an The Appentish. Oder wie das ausgesprochen wird. Also der Lehrling sozusagen auf Deutsch. Für äh, Entschuldigung. Für den CDI. Und ich sterb. Ich rushe durch. Ich hab keine Lust. Nein! Jetzt trifft der Depp nicht mal. Und war das jetzt hier umsonst? Nice, Leute. Nice. Sehr nettes Spiel. Ich liebe es. Wieso fallen hier Äpfel vom Himmel? Wo muss ich lang? Ja. Okay. Was macht das Ding? Okay. Ah. Mist. Oh, wieso hab ich wieder so viele Leben? Versteh ich nicht. Hab ich neu geladen? Ah, ich werd schon hier. Ich ich merke gar nicht mehr, was um mich rum abgeht. Ich hab nur noch das Spiel im Kopf. Yay. Was ist eigentlich hier? Käse. Oh, ich hab ja Zeitdruck, deswegen Beeilung. Und hier fallen Gräten vom Himmel. Wahrscheinlich hat Tom nie gegessen und äh, ja. den Rest könnt ihr euch ja denken. Nein. Ist es tatsächlich wahr? Ich hab's geschafft. Wunderschön. Das Spiel gefällt mir. Es ist schwer, aber okay. Spulen. Yay. Und hier machen wir das nächste Mal weiter. Leute, freut euch. Bis gleich. Hey. Ja, ich. Bis zum nächsten Mal.